Oh yeah! Ja, Medivh-Most Damage würde ich sagen. Das ist der Challenge jetzt. Ich hoffe, du wirst nicht mehr kriegen als der Hammer. Und MvP wirst du eh nicht. Ne, das stimmt. Medivh wird nie MvP. Doch einmal! Weißt du? Im Quickmatch ist alles möglich. Das ist wahr. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die Kombination ist schon nicht verkehrt. Ja, siehste. Sieht schon gut aus. Alles schön blau und blau. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Ob der Gzuldert schafft, ne Lane allein? Beineberg, nicht in die Tower! Die Range gefällt mir aber gar nicht. Ja, das ist ja nur am Anfang mit drin. Auf 13 kriegst du mehr Range. 13? Mit dem Eisregen. Da unten ist der Bordeon. Hier ist sie, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Ich finde es gemein, dass er nicht die Misha fokust, sondern mich. Oh, über uns ist. Come on. Oh, oh. Okay, das war noch Kerrigan, die die Krombo nicht kennen. Come on! Wollte ich gerade dingern, da war es zu spät. Was ist ihm sein scheiß Problem? Rexa, don't do easy camp. Das würde wahrscheinlich sein. Oha! Oha! Nein! Ach! Fuck it! Oha! Too fast! Oha! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ey, diese Range macht mich echt wahnsinnig von dem Ding. Ich will da zurückkommen da oben. Okay, er wollte das Portal nicht. Oh. Oh. Ja. Oh, 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 oh! Ich würde hier einen Ring auf Frost machen, eigentlich. Wenn's Ranged hätte. Nee, wenn's Wana hätte. Oh, lean, lean! CD, CD! Scheiße, ich bin tot. Ach, danke. Ich bin tot. Okay. Ich sagte, Papa, ich bin tot. Ich неб dir schon. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck not, ey. Ah, nice. Beineberg, mach doch mal einen Boss. Beineberg! Dein Wunsch ist mir bewegt. Boah, jetzt gibt es nur noch vieles, wenn ich volle Energie habe. Das ist ein Wort. Oh, nice. Michael, bei der. Ja, ich hab's mir angewöhnt, ne? Bin ich verkehrt. Hmm. Hmm. Der Hacker. Nein, die Verhältnisse kommen zu dir. Oder? Nein. Und jetzt ist der Boss da. Die. Ah, okay. Nova hat jemand anderes erschossen. Ne. Ja. Die spielen mir zu vorsichtig hier, die Gegner. Was ist da los? Die Gegner? Ja. Die ist der sein, wie man sie schienen. Die. 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 Sie sind schließlich gewesen. Die. Die. Sie sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Oh. Oh oh. Oh, den Hammer noch mal engagen? Von mir aus? Alter, was war das denn? Oder daneben? Aber Fail von mir. Macht nix. Ich hab euch extra einen Engage-Portal gesetzt, aber... Ja, ich hab mal einen Bären geschickt. Und dafür hat er den gekillt. Aber irgendwie war ich da ein bisschen alleine. Ja, macht nix. Ich hab auch nicht ganz aufgepasst. In dem Fall hätte ich die vielleicht sogar retten können, ja. Die brauchen nur noch einen zum abgeben, ne? Oh, ich flieg mal nach oben hin. Gucken. Ja, haben sie schon. Ja, wir gehen jetzt. Ja, wir gehen jetzt. Neck. Endless gun, Pauli. Ja, ich hab noch nicht gemerkt. Ja, ich hab noch nicht gemerkt. Ich hab noch nicht gemerkt. Ja. 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 Wir sind nur zu dritt. Oh, nice. Wir sind nur zu dritt. Wir sind nur zu dritt. Wir sollten hier das Ding aber noch töten. Oh, wir hatten das können. Wir gammeln da noch rum. Ich, aber ich kann auch fliegen. Wir sind nur zu dritt. Wir sind nur zu dritt. Wir sind auch, ne? Also schön knubbeln. Ja, in dem Moment springt die Kerrigan einmal mit ihrem Orbega Sturm in uns rein. Ja, dann natürlich nicht. Die Weisheit des Tages ist aber nicht irgendwie global anwendbar. Das kann man so hart dann machen. Und mit Sam alleine. Können wir abfahren. Und mit diesem kleinen Triumph aus. Wir haben eine Welt noch verloren. Wir haben jetzt noch mehr Fights rufen. Oh, ja. Hilfe. Hilfe. Tod. Und jetzt ist der Allstar. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah, nein. Under priority level. Man und dritt. Tot. E subject. Vonautrufen. paar Einatmen. Warum. Oh, nein. Eller die starten die Annelie. guck mal ob die den boss machen dann machen sie nicht geht schon die canon fliegt auch sehr gut mit meiner ulti könnten wir eventuell klauen aber ich weiß es nicht guck wenigstens mal das schaue ich nicht alleine wie weit sind die da ich wollte nämlich gerade abgeben aber es reicht eh nicht wenn ihr das gerade gesehen hättet ja leider hat es nicht ganz gereicht weil die anderen haben der dann doch noch geholfen dann rüber ja jetzt gehts ins Gesicht ah gg keiner mehr gegen den hammer fieden ich will mehr damage haben als der nein einer der mit reindrückt wär halt noch cool gewesen ne ja der gsul ist echt schlecht nicht alle entkommen meiner grabenammer ballenberg legt sich noch mal schlafen waaas ja 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 dass war ich auch immer so ja die willst du reiche schade 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 Vielen Dank.